Ich bin Adriana Schüthi, ich bin aus Dürres. Marcia Belém Blanco, Santa Fe. Amanda Felski-Perez, ich bin von Joinville. Mein Name ist Arianna Alexandra Lea-Garcia und ich komme aus Toronto. Ich bin Gucja Montel von Vodotra Gucja. Mein Name ist Diana Lakatich und ich komme aus Svatar. Ich bin Luisa Strakov und ich bin aus Banskei Bistrische. Mein Name ist Vlad, ich bin aus Chirnigov. Das ist Anna-Garcia und ich bin aus Chirnigov. Ich bin aus Chirnigov. Miss Princess je mezinárodní soutien. Es ist eine weltwelle soutien. Wir sind unsere Franchise in der 60er Städte. Sie wählen dívkungen unter unseren Kriterien und dann sie zu uns in der Welt. Wir sind die 60er Städte, die ihre Delegationen haben, zusammen mit der anderen Städte, die war mezinárodnä, haben wir selbstverständlich, haben wir professionellen, haben wir nationalen Städte. Aufgrund dieser Städte haben wir die größte Teil des Superfinalisten. Wir immer versuchen, etwas Neues, etwas anderes, etwas anderes. Miss Princess of the World 2017 World Final hat die größte und die größte und die größte Europäische Städte, die MSC Meraviglia. Die acht best-princessen Städte, zusammen mit der Team und der Jury, embarked in Barcelona und set off for a one-week cruise through the Mediterranean Sea. Each day, the ship docked at another town and there were individual competition, disciplines during the trips, excursions and promotions. All this took place in the presence of the TV crew cameras. At night, the ship sails, in the morning it anchors at the next port, and the girls wake up each time in another town, and in another country. Immediately after breakfast, they embark on a trip together, which is focused on fun and preparation for competitive disciplines at the same time. The first exhibition was in the French Marseille. We implemented a beautiful exhibition, a space with a exhibition of history, with memories and memories. eight of the most beautiful girls from all around the world. In most famous Mediterranean ports of Europe, Princess Arianna Alexandra is from Canada, where she goes to university. She wants to devote herself to marine biology and underwater life studies. This is actually my first trip actually coming to Europe at all. It was also my first time in Barcelona, which I did enjoy, get to see a little bit while coming here on the cruise. So, coming here in Europe was... I've always wanted to travel here, and I'm very happy because it's absolutely beautiful here, and I hope to come again. Vlada Alexandrovna from Ukraine is also in Marseille for the first time. She also studies. I am a student from the fourth class. I am a social worker. It is related to psychology. And how did the beauty from Ukraine prepare for tonight? I am ready. I brought my national costume. I will have a big flowered wine, also a white hat, and a hat with a red hat. It's a Ukrainian costume. Then we returned to the flight, and we were waiting for the first discipline, and it was, of course, the best national costume. The prominent in the national costume is traditionally the opening discipline of Miss Princess of the World. We can say that it is also a symbol of the competition. In addition to this, the girls present their country's traditions and cultures. The prominent took place right in the middle of the large ship's colonnade, with the ceiling being the largest flat screen in the world. This magnificent spectacle attracted almost all spectators. There was nobody who wouldn't stop, clap or at least take a photo of the girls. The big one. 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 Wie hat der Jury ihn verletzt? Und der winner der beste National Kostüme, Prinzessin der Welt 2017, ist Nummer 6, Malta Jäger! Vielen Dank! Der 2. den, to bylo to krásné přistavní město Janov. Měli jsme prohlídku místního paláce, čili byla to víceméně taková vícehistorická záležitost. In professional life, I'm a chemical engineer, so I work in the factory of plastics. Plastic and female beauty, is it all together? By the way, what would Amanda do if she won this contest? I think I will live my job, to live this dream first, and after I will come back to my professional life, like engineer. And what would this Brazilian chemistry engineer and finalist, Miss Princess, want to do with her life? My goal is to be the best professional in my area, inside the factory I work. And to be the family, a complete family with child, to be a nice house with dogs. I think it's just this, it's amazing for me. How many children? Two, I would like to be, to have two children. Now to the other side of the world. I'm from a holy place, India, where love is essence of life. Love and essence? Buja must have a very interesting profession. I'm currently pursuing degree in engineering. I'm in fourth year. I'm pursuing degree in electrical and electronic engineering. What is the dream of the Indian electrical engineer? It has always been my dream to be a beauty queen, to be an international beauty queen. So if I win this pageant, I will inspire other girls to pursue their dreams. And I will be, I will act as an inspiration to all the other girls. From each trip, returned the girls along with the photographers and the TV crew back to the ship, where they waited for the next program. Even this time, photography could not be avoided, and the princesses were obviously enjoying these moments in the naval outfits. It's a real experience. I love the journey. I'm very grateful for that Miss Princess of the World. I can be able to participate in something like this, with the next seven girls from other countries. Of course, it's only a lot of good luck, but also a lot of friends. I love the most. I feel the most. I feel the most. I feel the most. I feel the most. I try to get with the girls from the family. A bit more. I feel the most. The most. The most. What does Loisa do? And what is this tall Slovak-Stream? I am studying at the high school at Matija Bela, in Banskej Bystrici, school-education, or in Andragujku. And I am very busy. I am looking at my job. I am working in my career. wie eine kozmetische. Ich würde mich um mein Business und mein Salon halten. Ich bin mein Leben. Und ich bin mein Leben. Und ich bin eine große Familie, mit der ich mich glücklich bin. Entschuldigung. Perzütt, nicht mehr. Ich bin sehr familiär, so... Pompeie ist eine spezielle Anleitung. Das ist nicht nur für eine Ausgurzierung, für eine Promozierung, sondern für eine Ausgurzierung und eine Ausgurzierung, sondern Pompeie ist eine historische Anleitung. Und das ist ebenso, dass es ebenso ist, dass es ebenso wichtig ist, auf die man sich selbstverständlich muss. Ich denke, dass es auch für die Mädchen ist, dass es eher eine gewöhne oder eine Emotivität ist, als dass man sich irgendwo anschauen kann. Das war eine zweite Teil der Finale. Wir haben die Flugzeuge, mit dem, dass wir uns die Cheskische Kuhn-Kuhn-Kuhn-Kuhn-Kuhn-Kuhn mit Motivem Vesmierer. Ich habe mich plötzlich in der Ruhm fotografien von Hubble-Verteleskopem. Hühzden und diese Fotos sehr lieben, aber ich bin kein Znalec. Ich habe mich sehr schönes, und die Farben fasziniert mich. Ich habe gesagt, dass ich es heftig wäre, so habe ich mich geholfen. Die Fotos sind in Masa. und es wurde mir gemacht, also habe ich die ganze Menge aus diesen Motiven gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 und es wurde mir gemacht, 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 und zu relaxieren. Während der Schlussfolgerung für die Verteidigung, der Jury wählte die Winning-Order. Aber, um etwas in advance zu erzählen, als die Juden sich selbst verabschiedeten, hat die Order verändert. Wir hatten die Möglichkeit, zu sehen die Jury ganze Woche, in verschiedenen Situationen, nicht nur in den öffentlichen, sondern auch in den Verteidigung, in den sehr Ich denke, dass die sehr Werteidig ist. Es ist sehr interessant. Ich habe dass ich die Fotografie gesehen habe. Ich habe dass ich auch sehr viel . Als ich die Karten begann, wo ich meine Karten, hat sich die Karten abgeholt. Das war, dass wir die Mädchen haben, wie sie funktionieren, 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 wie sie funktionieren. Ich denke, dass der Ergebnis sehr gut ist und objektiv ist. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ladies and gentlemen, the second Weissmiss, Princess of the World, 27th years, number seven, Miss Slovakia, Luisa Straková. Applaus Princess of the World, 2017 is Miss Argentina, Marcia Belen Branco. Applaus could declare the winner of Miss Princess of the World, 2017, on the largest European ocean-going liner MSC Meraviglia, than the captain himself, Mr. Raffaele Pontecorvo. Buineries Miss Malta. Diana Rakitic! Miss Malta! Annette Rakitic! Es war eine schwierige Woche, ich kann nicht sagen, dass es einfach war. Obviamente, man muss immer fokussiert werden, man muss immer wieder sein, man muss immer wieder sein, wenn man nicht gut fühlt, man muss sich zeigen, man muss etwas anderes zeigen. Es war definitiv schwer, aber es war wert. Mädchen, ich liebe dich, ich wirklich. Ich bin sehr, 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 sehr, ich bin sehr. Es ist ein Ding, das nicht in den Gesprächen, in der Freude, die uns immer wieder zurückkehlt. Unsere Begründung hat sich, außer dem Titel, der Titel der Bestes National Costume, und sie auf die Maltin titul Miss Bikini. Sie haben sie aber aufgrund von dem, dass sie im Maltin waren und die Maltin und sie glaubt, dass sie ihre Koleginin hatte noch besser als sie, hat sie aufgrund von der Maltin titul Miss Bikini verdient ihre Koleginin aus Argentinien. Selbstverständlich ist, dass wenn die Weltkirche so schön ist, dass sie so schön machen können, dass sie dann, wenn sie sie sich selbst nutzen können, dann glaube ich, dass wir uns sehr gut gewonnen haben. Untertitelung des ZDF, 2020